Die Cyberkriminalität boomt in Corona-Zeiten. Das Homeoffice bietet neue Angriffsflächen für digitale Bedrohungen. Die Wirtschaftskammer Kärnten startet deshalb die Kampagne Cybersicherheit im Homeoffice. Wir haben diese Kampagne auch gestartet, weil natürlich der Bedarf an diesen Dingen deutlich gestiegen ist. Wir haben gesehen, wie oft die Menschen jetzt ihre Arbeit von zu Hause aus tätigen. Dadurch ist deutlich mehr Datenverkehr und es fließen viel mehr Daten von Unternehmen nach Privat und da ist Aufklärung einer der besten Themen. Was passiert, wenn? Wir haben natürlich eine Expertengruppe, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, auch in ihrem beruflichen Umfeld. Thorsten Joost ist einer dieser IT-Sicherheitsexperten. Der große Vorteil im Homeoffice für den Angreifer ist, dass der Mitarbeiter alleine zu Hause sitzt. Das heißt, er kann nicht den IT-Administrator fragen, er kann keinen Kollegen fragen, ob jetzt die E-Mail, die reingekommen ist, jetzt echt ist oder dubios ist. Und damit steigen natürlich die Chancen für den Angreifer, dass er Schadsoftware anklickt und die dann entsprechend seinen gesamten Computer manipuliert. Damit es erst gar nicht so weit kommt, sollten wesentliche Punkte beachtet werden. Das ist der erste Tipp, Hausverstand einschalten. Der zweite Tipp sind immer technische Maßnahmen zu nutzen. Das kann ein Virenschutz sein, das kann eine Firewall sein. Das sind Dinge, die leistbar sind, die aber laufend gewartet und aktualisiert werden müssen. Ein dritter Tipp betrifft jetzt ganz stark auch das Arbeiten quasi in den Firmen. Bedeutet, dass man wirklich sichere Methoden sozusagen in Betrieb nimmt. Das sind Methoden der Verschlüsselung. Der vierte Tipp ist quasi die Lebensversicherung, die man haben sollte. Es kann etwas passieren. Es kann immer etwas passieren. 100 Prozent Sicherheit ist Fiktion. Ein Datenpackup, Datensicherungen, die quasi nicht älter wie einen Tag sein sollten und von denen man mehrere haben sollte. Und ich habe damit mir selbst quasi eine Lebensversicherung gebaut. Die Aufklärungskampagne zum Thema Cybersicherheit erstreckt sich über zehn Wochen. Wir machen das mit unseren Experten gemeinsam mit KT1 und online sozusagen. Das heißt, jeder kann über Web oder auch auf KT1 sich die Beiträge unserer Experten ansehen. Diese sind auch auf kt1.at abrufbar. Noch mehr Infos zum Thema Cybersicherheit finden Interessierte unter www.ubit-kernten.at 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 www.ubit-kernten.at